Herzlich Willkommen zurück. Geil, das ist ja wieder mit der Startzeit. Zu einer neuen Ausgabe, Gothic 3. Wir haben die Quest, dass ich hier noch diesen Orkernführer killen muss. Ich mach's jetzt einfach mal. Diesen Pott raus, mach nur was passiert. Du schlägst mich moran. Na warte. Das Problem ist, wenn jetzt alle Orks hier in der Umgebung auf mich wild werden, dann mach ich's nicht. Alter, wenn ich mich jetzt schon gegen ein Ork so schwer mache, wie soll das denn werden, wenn ich nach Nordmar komme, ey? Nordmar wird wild. Nordmar wird richtig wild und es wird mich richtig viele Nerven kosten, glaube ich. Okay, die anderen sind schon wild. Tschüss, ich bin mal weg. So. Bleib stehen, mora. Ne, ne, wir sehen uns nicht mehr wieder. Ciao. Ja, also mal gucken. Ich hatte leider am Ende der letzten Folge so einen Where's the Guru Bug hier. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder passiert. Ich glaube, extrem ärgerlich. Zwei in der letzten Folge, um genau zu sein. Unschön. Hä? Oh Gott, der Typ hat mich verfolgt bis ins Normal. Man muss sie alle töten. Bist du jetzt noch so... Ne, okay, ist nicht sauer auf mich. Hab ich ja Glück gehabt. He, he, he. Ja. Letzte Folge lief echt nicht gut. Also letzte Folge war echt schlecht. Ähm, zwei Abstürze durch Where's the Guru. Der größte Feind eines jeden Gothic-3-Spielers. Ähm, dann hab ich noch eine Quest gemacht, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. Oder die mich jetzt mega in die Bredouille bringt. Oh Mann, ich hoffe wirklich... ...dass diese Folge jetzt besser wird. So, ich nehme mal eure Fälle mit. Ich gehe mal nicht in diese Ecke hier hinten hin, weil da hatte ich gerade diesen Absturz. Ich will das jetzt nicht unnötig forcieren. Die Zweieinhalbpflanzen da, die können wir auch gestohlen bleiben. Ich... ...weich ja nochmal. Weil ich jetzt echt paranoid bin, dass jetzt das Spiel gleich wieder abstürzt. Da hab ich nämlich keine Lust drauf, hä? Versteht er. Versteht er vielleicht. Ich hab halt echt Angst, dass ich das Game zu Tode gemoddet hab. Ich hoffe nicht. Das wäre unschön. Aber es ging die ganze Zeit. Ich hatte am Anfang die ersten paar Folgen immer... ...Werste Guru... ...Äh... ...Crashes. Ähm, deshalb hab ich auch das erste Mal nachgespielt. Dann musste ich nochmal ein zweites Mal nachspielen. Das war das Problem mit dem... ...ja, mit dem Betriebssystem. Oh Mann, ey. Also ich werd's ganz sicher kein drittes Mal nachspielen. Dieses Let's Play steht einfach unter keinem guten Stern, muss man sagen. Dementsprechend, ähm... ...hoffe ich, dass es jetzt keine unnötigen weiteren Probleme gibt. Das wäre alles andere als schön. So, ziehen wir uns mal die Truhe hier rein. Abgebrochen. Ah, da ist die Burg von Fahring. Majestätisch thront sie da über... ...den Wäldern und den Bergen. Aber ich weiß nicht, ob das so safe gebaut ist da... ...mit diesen riesigen fetten Türmen auf diesem Felsvorsprung da. Der Architekt dieser Burg hat sich vielleicht gedacht... Das wird risikoreich, aber give it a try. Jetzt wird die Fackel mal ein bisschen in die Phrasen gehalten. So, dann gehen wir mal hier rein und gucken uns das mal an. Schöne Brücke übrigens. Auch die... Also Fahring ist halt einfach noch viel krasser zu verteidigen... ...als, äh... ...Gotha. Gut, da hat er eine ähnliche Position, aber Fahring ist halt immer mal viel, viel krasser. So, diese Trolle hier. Seht ihr diese weißen Punkte, die hier in der Luft liegen? Was ist das? Oh, come on. Weck ich euch, das tut mir echt leid, nicht. So. Bevor ich da hochgehe, ich töte erst mal die Trolle und rede mit diesem Jäger hier. So, wir wissen ja, dass hier... Oh, jetzt hab ich ein Problem. Oh. Yep. Ah. Okay. Das ging ja besser als gedacht. Wir sind zwar krank, aber das ist nicht schlimm. Ich leg mich gleich mal bei diesem Jäger hier, äh... ...Pennend. Nee, wobei, es ist gar kein Jäger, das ist ein Schnapsbrenner. Der jagt ja gar nichts, wenn ich mich recht entsinne. Oder? Okay. Ich schaue auf jeden Fall nicht zu stören, dass ich seinen Haarpunkt gut hier entwende. So, ziehen wir uns erst mal ein bisschen Medicine rein und dann haue ich mich erst mal aufs Ohr. Bisschen Tageslicht kann ich schaden. Tippler hieß der, genau. Gib her. Hier, nimm, aber sei vorsichtig. Das Zeug brennt wie ein Snapperfurz. Kannst du mir zeigen, wie man jagt? Um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen eingerostet und muss mich um tausend Sachen kümmern. Aber wenn du mir ein bisschen hilfst, kann ich dir zeigen, wie man mit dem Bogen umgeht. Wie kann ich dir helfen? Nicht weit von hier gibt es eine alte Ruine. Ich benutze sie oft als Nachtlager für die Jagd. Leider nisten sich dort öfters mal Goblins ein, wenn man länger nicht mehr nach dem Rechten sieht. Erledige sie für mich. Yo, machen wir doch. Damit haben wir doch Erfahrung. Wir haben ja schon in der Nähe von Okara die Burg, wo ihn von Goblins gesäubert. Das sollte jetzt hier eigentlich auch kein Problem darstellen. Das ist so ein befriedigendes Gefühl, einfach so durch die Reihen durchzuschneiden. Wie mit einem Messer durchbraut. Schon ganz hübsch. Pflanzen nehme ich alle mit. Ja, und hier sehen wir jetzt schon die Hauptstadt. Und ein paar Gargoyles, die wieder so einen Steinkreis bewachen. Gargoyles sind tatsächlich in meinen Augen stärkere Gegner als Trolle. Die Gargoyles schlagen schneller zu und halten mehr aus. Ekelhafte Kombination. Boah, lagfest. Warum sind diese Goblins wütend? Ich habe ja noch gar nichts getan. Ich bin ja nur als friedlicher Besucher, der in denen gar nichts will. Tatsächlich sehr viel weniger als diese Goblinburg bei Fahring. Äh, bei Okara meine ich. Tadadá. Oh. Guck mal, hier ist noch eine Kiste. Denkst du, wie ich habe dich übersehen? Nette Textur. So. Großer Mallertrank. Kann man immer mal gebrauchen. Also ich fühle mich von diesen Gargoyles ja jetzt schon ein bisschen herausgefordert. Grund ihrer Existenz. Das klingt irgendwie radikal. Da unten ist eine Holzsteinbrücke? Holzstein? Ne. Eine Brücke auf jeden Fall. Warum war das andere Wildschwein so verletzt? Wurde wahrscheinlich gerade von seiner Frau verlassen. Ja gut, wir machen jetzt aber schon ein bisschen mehr Schaden. Aufgrund unserer... Wir haben halt fast 400 Stärke. Das ist halt schon eine ordentliche Hausnummer. Jetzt wird es unangenehm. Ich muss nach oben kämpfen. Nach oben kämpfen ist kein Ding. Aber nicht nach unten kämpfen. Nach unten kämpfen ist unangenehm. Wie lieb die anderen warten, bis ich ihre Freunde getötet habe? Jetzt ist der Nächste dran. Ja, alle... Kommen alle dran. Okay, warte. Kurz meine Energies tanken. Hier kriegt jeder sein Fett weg. Versprochen, Leute. Oh, jetzt kommt so eine nervige Blutfliege. Junge, verpiss dich. Zum Glück kann ich nicht vergiftet werden. Okay, diese Blutfliege macht mir fast eigentlich gar keinen Schaden mehr. So, okay. Ja, die haben wir schon ordentlich gegeben. Dahin ist ja noch ein Steinkreis. Interessant. Vor allem haben wir hier noch Goblins. Wo einer ist, sind meistens eigentlich mehrere. Abgebrochen. Sehr verwunderlich, dass jetzt hier wirklich nur einer war. So, was haben wir denn hier noch? So, hier oben ist noch so ein kleiner Steinkreis. Ich schaue mich jetzt hier erst mal um. Ich weiß. Ich habe jetzt hier für Tipler die Aufgabe erledigt. Aber ich will mich jetzt hier nochmal umschauen. Oh, hier ist noch ein Teleporter. Abgebrochen. Was ist das denn für einer? Hallo? Tempel-Teleportstein. Das ist noch ein Teleportstein zum Tempel? Jetzt habe ich zwei davon? Okay, krass. Ich dachte immer nur, es gibt nur einen, den man in Gotha findet. Aber es gibt offensichtlich noch einen. Geil. Stab der Dunkelheit. Interessant. Nützt es leider nicht viel, da wir eh kein Magier sind. Haben wir jetzt wirklich zwei Teleporter zum Tempel? Tatsächlich. Interessant. Das wusste ich noch nicht. Ich wusste nicht, dass man hier echt noch einen zweiten Stein finden kann. Ich wusste, dass es einen zur Burg des Königs gibt und einen zum Tempel, den man in Gotha findet. Aber dass es tatsächlich zwei gibt, das war mir neu. Kann es sein, dass es zu jeder Location vielleicht zwei gibt? Wundern würde es mich nicht. Wo kommt man eigentlich hin, wenn man hier lang geht? Das ist hier so eine Ecke, da bin ich auch noch nie freiwillig langgelaufen. Na gut, hier sind halt Orks, ne? Interessant. Aber wisst ihr, was ich nicht verstehe? Im Hauptspiel ist es so, dass wenn man alle Orks vor der Stadt tötet, dann gilt das als quasi Töter alle Orks vor der Hauptstadt. Aber diese Orks habe ich nie erledigt. Ist das ein neutrales Orklager? Wahrscheinlich nicht, oder? Wo gehst du da hinten noch lang? Ich bin noch nie hier hinten langgelaufen. Ist ja interessant. Geil, die Orks werden jetzt von einem Wildschwein angegriffen. Ist ja super. Danke Wildschwein für deine Hilfe, aber jetzt über den Weg. Okay. Interessant. Also hier hinten war ich echt noch nie. Ich kann mich noch nie daran erinnern, dass ich hier hinten schon mal war. Jetzt überlege ich echt hier mal aufzuräumen. Okay, solange die alle einzeln kommen, soll es mir recht sein. Na komm her. Der Schaden, den ich mache, der ist jetzt schon nicht ohne. Ah, Jungs, wir können... Ah, das ist ein Schamane. Okay, ein Schamane ist natürlich unangenehm. Gegen den habe ich noch kein wirkliches Konzept. Boah, ich will jetzt schon kommen. Wenn ich in Nordmar bin, ich muss mit so einer üblen Guerillataktik arbeiten. Schade, ich dachte, ich kann hier reinspringen. Schade abgehofft, ich kann hier die Kiste snacken, ohne dass die es merken. Mann, mein Schwenk ist zu kurz. Äh, lol. Was für ein Cheater, ey. Mann, kann hier einfach reinlaufen, oder was? Ich muss früher oder später, muss ich sowieso die ganzen Orks hier vor der Stadt platt machen, deshalb. Ah ja, komm mal näher. Komm mal näher, Kollege. Interessant. Okay, hier drin würde ich keiner schreien hören, vielleicht. Ja! Oh! Oh! So, du warst ein großes Problem, aber du bist jetzt ausgeschaltet. Okay, interessant. Ich glaube, ich habe dieses Lager gerade ausgelöscht, oder? Ne, hier sind jetzt keine mehr. Okay, cool. Es gab ein paar Erfahrungspunkte, ein bisschen Loot. Nehme ich gerne mit. Habe ich gerne. Die Folge driftet hier schon wieder in eine komplett andere Richtung. Habe ich halt eigentlich von Erfahrung zu gehen, aber... Irgendwie habe ich jetzt Bock, mich hier weiter umzusehen. Hier ein bisschen Loot zu sammeln. Ich bin nicht hier in dieser Ecke. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in irgendeinem Spiel durchlaufen, mal hier hinten lang gelaufen bin. Noch nie. Hier gibt es ja auch noch Kisten und so. Sehr interessant. Also hier, die Stelle entdecke ich gerade neu. Hier hat sich irgendein Entwickler, damals, als das Spiel entstanden ist, super viel Mühe gegeben, diese Ecke hier zu kreieren. Und ich bin in all den Spiele durchlaufen, die ich jemals gemacht habe, bin ich nie einmal hier lang gelaufen. Und habe diese Arbeit nie gewürdigt, die sich der Entwickler oder die Entwicklerin hier damals gemacht hat. Aber jetzt hole ich das nach. Nach über 15 Jahren. Gibt es hier noch... Hier gibt es einen Weg nach Nordmar. Geil. Hamartide. Ein Weg nach Nordmar, den ich noch nicht kenne. Oh, das ist ein Ogre. Ja, ganz ehrlich, drei Ogre. Kinkerlitzchen. Guck mal, das ist ja lächerlich. Da, da, da. Da, da. Da, da. Leute, flankieren finde ich jetzt nicht so nice. Da, da. 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 Ah, die Ausdauer. Oh, da hinten sind noch mehr. Shit. Okay, die Ausdauer regeneriert sich jetzt nicht so schnell. Okay, hier sind viele Ogre. Ich kann, also an diese Stelle, ich finde das so faszinierend gerade, weil ich entdecke das Spiel gerade neu an dieser Stelle. Ich war hier noch nie gewesen. Nein. Finde ich sehr spannend gerade hier zu sein. Jetzt kommt noch so ein blödes Wildschwein. Okay, I promise. In der nächsten Folge gehe ich wirklich nach Fahring. Wie viele Ogres sind denn hier bitte? Geil. Wie viele Kisten hier auch noch am Start sind. Mega. Von was bin ich denn gerade getroffen worden? Okay. Nicht so schlimm. Looten war erstmal ein bisschen. Sehr, sehr geil. Wir haben auch eine tolle Aussicht aufs Meer. Oh, shit. Ui. Okay. Das war knapp. Komme ich von hier aus vielleicht schneller zu Xardas? Das wäre mega. Noch cooler wäre es, wenn ich jetzt hier überleben könnte. Oh, oh. Jetzt muss ich doch mal weg, Leute. Mach mal kurz Pause hier, ne? Muss mal kurz hier was trinken. Da, da. Ah, ich stelle mich aber auch gerade echt wie so ein Dulli an, ey. Okay. Nice. Die Yoga-Morgen-Stände sind auch ein bisschen was wert. Das finde ich ganz gut. So, oh, da oben könnte noch was sein. Irgendwelche Schätze oder so. Abgebrochen. Ja, guck mal. Ein Ordensschwert findet man einfach mal so hier in der Kiste. Geil. Super Sache. Da oben auf diesen Vorsprung, da will ich jetzt hin. Jetzt habe ich ausgesehen, das zweite Schwert gezogen. Äh, naja. Interessant. Hier gibt es einen Weg nach Nordmar. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Wenn man es jetzt mal so sieht, ist Vanguard gar nicht weit weg von Nordmar. Sogar relativ nah, ehrlich gesagt. Ich würde sogar behaupten, Vanguard ist näher an Nordmar als an Redog. Das würde ich jetzt mal so ins Kalte tippen. Habe ich ein irgendwelcher Loot hier oben? Nee, gar nichts. Oh, Mann. Vielleicht haben wir hier irgendwas. Eine Höhle oder so. Oh, hier ist nichts. Hier ist einfach gar nichts. Oh, wie unbefriedigend. Das ist echt super unbefriedigend. Wenn es nur ein Skelett mit einem rostigen Schwert wäre. Aber irgendwas hätte man hier doch hin machen können, Mann. Oh, hier geht es wieder runter, geil. Oh, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Na gut, okay. Naja, nicht schlimm. Jetzt bin ich aber gespannt, wo man hier nach Nordmar kommt. Wo man hier rauskommt in Nordmar. Das ist jetzt sehr spannend. Für eure Viehzeug. Oh, da ist noch eine Kiste. Geil. In der Metalle eine Truhe. Abgebrochen. Mhm. Wo kommt man jetzt hier raus, frage ich mich. Das ist so ein komischer Mix. Grünland und Schnee. Das ist echt... Oh, jetzt geht schon die Nordmar-Mucke los. Geil. Oh, Eiswölfe, Eiswölfe, Eiswölfe. Bleib hier geblieben. Hier halten sie aber ganz schön nahen Mittelland auf, ey. Alter, ich sterbe. Das war knapp. Aber jetzt habe ich schon mal die Eiswölfe-Fälle für Sibor und Narath. Wunderbar. Geil. Das gefällt mir. Sind das jetzt schon Sechse gewesen? Doch, es müssten Sechse sein, die ich jetzt schon habe. Yes, perfekt. Das ist super. Oh, das führt sich nach... Ist das jetzt Eis oder Steingolem? Ne, Troll. Oh, Troll nehme ich auch mit. Troll nehme ich auch gerne mit. Wenn ich jetzt mal hier auf die Map gucke... Ja, aber dann kommen wir halt hier in so einem neutralen Land aus. Das hier müsste Xardas... Hier müsste Xardas Turm irgendwie sein in der Nähe. Okay, wisst ihr was? Wir machen folgendes. Wenn ich mit Fahring fertig bin und mit Vengard und die ganzen Rebellenlager besiegt habe und ich weiß, ich gehe nach Nordmar. Wir werden das von hier aus erledigen. Ich will wissen... Das hebe ich mir für später auf. Ich will wissen, wo wir hier lang kommen, wenn wir hier lang gehen. Das hebe ich mir auf auf jeden Fall. Ich gucke mir jetzt nochmal da hinten ein bisschen um. Hier so quasi an der Grenze. Und... Ja, perfekt. Guck mal. Die Musik muss jetzt ständig zwischen Mittland und Nordmar wechseln, ne? Musik ist gerade komplett überfordert. Was denn nun? Vertaner oder Nordmar? Was denn nun? Okay, ich glaube hier haben wir aber sonst jetzt erstmal nichts mehr. Interessant. Hier war ich noch nie gewesen. Ich habe heute etwas Neues in Gothic 3 entdeckt. Wieder mal. Sehr schön. Vielleicht sollte ich irgendwo noch die Kälteresistenz lernen. Damit sich das mit meiner Ausdauer ein bisschen relativiert hier. Andererseits, ich habe noch so viele Ausdauertränke, die mir 100% bringen. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt gerade keine hätte. Also... Ah, das ist auch interessant hier. Sehr spannend. Hier irgendwo müsste eigentlich Xardas Turm schon sein. Ah, gut. Ja. Gehen wir erstmal wieder zurück. Sehr interessanter Exkurs hierher. Der war gar nicht geplant, aber ich habe ihn jetzt einfach mal mitgenommen. Ich hoffe, ihr appreciated das. War ja noch nie gewesen. Mega. Ich freue mich, dass ich den Weg hierher angetreten bin. Und wir werden von hier aus diesmal Nordmar erkunden. Nicht über Fahring. Nicht über den Pass. Wir werden maximal noch die Quest mit Ali und so machen. Ne, wobei, ne. Machen wir nicht. Machen wir später. Wir werden nicht über den Pass von Nordmar gehen. Sondern wir werden quasi Fahring fertig questen. Aber wir werden nicht die Quest mit diesem... Ich weiß gar nicht. Wie heißt denn dieser Nordmarer? Den man quasi mit Ali diesen Arnstein zurückbringen muss. Wie heißt denn der? Aber ihr wisst, wen ich meine. Nichts zu holen. Diese Quest werde ich nicht angehen. Ich werde die nicht machen. Also später. Nicht jetzt. Die wird später angegangen werden. Das ist ein direkter Weg hier. Von Nordmar nach Vengard. Zur Hauptstadt des Mittleren Reiches. Krass. Wie nah das beieinander liegt. Das ist... Und das... Also Vengard liegt näher hier am Nordmar als an Redox. Fahnsinn. Das fühlt sich so surreal irgendwie an. Was passiert, wenn ich mich eigentlich der Barriere näher sterbe? Ich dann? Finden wir es raus. Ja, ich krieg Schaden tatsächlich. Bekomme tatsächlich... Oh, da ist ein Schatz. Lol. Lol. What the fuck? Ich kann die Barriere hochlaufen, Bruder. Wie geil. Ey, Junge. Okay, ich nehme alles zurück. Vengard hat einen Hafen. Ich nehme alles zurück, was ich jemals gesagt habe. Vengard hat einen Hafen. Könnt ihr euch noch an die Podcasts erinnern, wo Jorgenson und ich gesagt haben, dass Vengard keinen Hafen hätte? Leute, wir haben gelogen. Wir wissen jetzt, Vengard, die Hauptstadt des Reiches, hat einen Hafen. Das ist ja abgefahrener Shit. Das ist ja abgefahren... Das muss ich sofort Jorgenson nach der Aufnahme schreiben. Aber da kommt man aber nicht hin, oder? Doch, na klar kommt man da hin. Vengard hat einen Hafen. Ich bin gerade so geflasht, Alter. Also erstmal von der Tatsache, dass ich hier hochlaufen kann auf die Barriere. Zum Ersten. Und zum Zweiten, dass Vengard einen Hafen hat. Das macht mich gerade viel mehr fertig. Wir haben in diesem einen Podcast, haben wir noch darüber hergezogen, wie unlogisch das ist, dass Vengard keinen Hafen hat. Aber der ist so versteckt, dass man den einfach nicht sofort sieht oder findet. Das ist unglaublich. Das ist, das ist unglaublich. Vengard hat einen Hafen. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich, also ich, ich, ich glaube sehr, sehr stark daran, dass der auch schon im Hauptspiel hier war und dass der nicht irgendwie durch die Content-Mod hinzugefügt wurde oder so. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich, ich bin davon einfach gerade so geflasht. Ich, ich muss das gleich, äh, nach, nach der Aufnahme, ich muss das sofort Jorgenson schreiben. Das ist ja Wahnsinn. Vengard hat einen Hafen. Und der liegt sogar außerhalb der Stadt. Man kann von außerhalb, also man muss nicht mal durch das Tor durchgehen, man kommt von außerhalb sogar zum Hafen hin, theoretisch. Okay, ihr könnt annehmen, dass wenn ich dann drin bin, wenn ich dann Vengard questere, ich gehe auf jeden Fall zu diesem Hafen und gucke mir diesen Hafen an. Ich bin so geflasht. Ich bin so geflasht gerade davon. Das ist Wahnsinn. Ich muss das unbedingt sofort Jorgenson berichten, sobald die Aufnahme gleich durch ist. Wahnsinn. Ich bin, ich bin maximal geflasht. Ich muss, ich weiß nicht mehr leider, ich weiß leider nicht mehr, welcher Podcast das war, wo wir darüber gesprochen hatten. Aber ich weiß jetzt, dass wir falsch schlagen. Dass wir eine falsche Behauptung aufgestellt haben. Vengard hat einen Hafen. Und der ist nicht mal klein, das ist sogar ein recht großer Hafen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Und der liegt keine zwei, keine zwei Megminuten von Tüppler entfernt. Wahnsinn. Es waren nur ein paar Goblins in der Ruine. Hast du sie erledigt? Ja. Gut gemacht. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man mit dem Bogen schießt. Ich bin, ich bin gerade sprachlos. Wahnsinn. Krass. Gothic 3 schafft es auch noch, nach über 15 Jahren oder knapp 15 Jahren, mich zu, mich zu begeistern. Und dafür zu sorgen, dass ich hier was Neues jetzt finde. Wahnsinn. Das ist krass. Ich dachte, ich kenne diese Spielwelt gut. Ich wurde eines Besseren belehrt. Piranha Weights hat mich eines Besseren belehrt. Ja. Fahring. Was machst du hier unten? Was soll ich noch oben im Dorf? Ich bin total abgebrannt. Mein letztes Gold habe ich bei Curtis in der Arena verloren. Wenigstens habe ich noch eine Flasche Nordmacher Nebelgeist. Der hilft mir über die langen Stunden. Wer ist Curtis? Ihm gehört die Arena oben im Dorf. Sie ist nicht besonders groß, aber es reicht, um bei den Orks ein bisschen Eindruck zu machen. Was muss ich über das Dorf wissen? Fahring ist eine alte Burg der Paladine und jetzt das Zentrum der Besatzung. Khan, der Anführer aller Orks, ist dort und natürlich haufenweise harter Kämpfer. Da kommst du nur schwer rein, aber ich hab's geschafft. Wie bist du in die Burg gekommen? Ich habe für die Orks gearbeitet. Das ist deine einzige Chance. Aber pass auf, wenn sie einmal sauer sind, wird's nichts mehr mit der Burg. Was wolltest du in der Burg? Ich wollte mir ein Schwert besorgen. Nicht irgendeins. Eine Erzwaffe. Weißt du, was der Schmied zu mir gesagt hat? Der meinte doch glatt zu mir, ich soll erst mal drei Trolle töten. Drei Trolle! Ich bin vielleicht verrückt, aber ich bin nicht wahnsinnig. Die Trolle sind tot. Was jetzt? Das wird bei den Orks mächtig Eindruck machen. Ich werde auf jeden Fall erst mal wieder in die Burg gehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge Gesundheit werden wir Fahringquesten. Ich danke fürs Zusehen, lasst gerne Bewertungen und Abo da. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir gerne auf Twitch. Jeden Sonntag bin ich dort live, 14 Uhr. Bleibt gesund und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch. Bis zum nächsten Mal.